Wir haben eine Dinner Experience konstruiert in sieben Gängen und jeder einzelne von diesen Gängen hundertprozentig abgeleitet vom Produkt. Mit vier Meter hohen Leinwänden, 360 Grad Projektion, 360 Grad Sound. Es muss überall umsetzbar sein in der ganzen Schweiz, es muss Top-Leute errechnen und es muss quasi diesem einzigartigen Charakter des Produktes gerecht werden. Das Raum-in-Raum-Konzept musste mobil verschoben werden können. Das heisst, wir hatten vier Standorte und hatten das dann jeweils in kürzester Zeit wieder in der gleichen Qualität aufbauen müssen. Ich denke, das hat eine unglaubliche Wirkung hinterlassen, sowohl von Kunden wie auch Besucherseite. Man hat eigentlich noch selten so etwas gesehen, also wirklich ein Kunstwerk fast schon für alle Sinne, aber trotzdem genau den Zweck erfüllt, den es eigentlich sollte, nämlich die Leute für dieses neue Produkt zu begeistern.